Hier mit einer Bestleistung von 51,67 Sekunden erfolgreich mit den verschiedenen 4x400 Meter Staffeln aus Polen. Malgozata Holub. Auf der Bahn 5. Sie kommt aus der Ukraine, war siebte bei den Olympischen Spielen, fünfte mit der Staffel Bronze in London. Olga Semyak. Und auf der Bahn 6 aus Polen, die Olympia siebte und sechste der Europameisterschaften, Justyna Swietti. Untertitelung des ZDF, 2020